Übrigens, wir haben über 6190 Euro von wohltätigem Zweck zusammengesammelt jetzt. Aktuell gehen wir so langsam auf die 7000 zu. Vielleicht schaffen wir noch. Vielleicht findet sich noch irgendwo ein legendärer Schweizer oder sowas. Keine Ahnung. Apfelmampfer, Dankeschön für 5 Euro nochmal. Das ist insane. Schaffen wir die 7200 Apfelmampfer? Ich hoffe. Hier nur noch 200. Äh, 220. Apfelmampfer, Dankeschön für die 20 Euro Donation. Jetzt haben wir eine ziemlich glatte Summe für Make-A-Wish mit 3600 und 7200 insgesamt, Chat. Apfelmampfer haut noch 8 Euro rein, Leute. Und ich würde sagen, Cut. 7250 Euro for Charity. Und ich würde sagen, 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 ich würde